Die Radio 112 Messe News von der Interschutz 2010 in Leipzig. Wolfgang Wissenbach, live von der Interschutz. Ich bin hier am Stand von Compoint Fahrzeugbau und vor mir sitzt Herr Ralf Meissner, Geschäftsführer des Unternehmens. Herr Meissner, was macht die Compoint? Die Compoint ORG ist ein seit 2006 auf dem Markt befindliches Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau für Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei. Wir beschäftigen uns mit dem kompletten Innenausbau der Fahrzeuge, aber auch mit allen Dingen, was sonst zu den Fahrzeugen gehört, also die Metallarbeiten, Schreinerarbeiten. Wir sind vorrangig tätig im Bereich Mannschaftstransportfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge und Einsatzleitwägen. Das heißt, Sie kaufen ein Auto von irgendeinem Hersteller und bauen es dann um oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, richtig. Also wir arbeiten normalerweise auf Kundenanfragen bzw. auf feste Bestellungen der Kunden, beschaffen dann das Basisfahrzeug komplett, sofern es nicht vom Kunden direkt angeliefert wird und besorgen dann den kompletten Umbau, angefangen eben von der Elektrik über Sondersignalanlage, Funktechnik, Innenausbauarbeiten im Schreinerbereich. Wir machen das ganze Fahrzeug mit Beklebungen fertig. Also bei uns bekommt der Kunde schlüsselfertige Fahrzeuge geliefert. Das heißt letztendlich auch, Sie sind nicht markengebunden. Das heißt, ich kann ein Fahrzeug von Fiat, Mercedes, Opel, egal, zu Ihnen bringen? Richtig. Wir sind hauptsächlich zwar mit der Firma Ford sehr eng verbunden, arbeiten aber auch sehr eng mit der Firma VW zusammen und eben auch mit Mercedes, aber auch mit anderen Fahrgestellherstellern. Wenn ich nun nicht hier auf der Interschutz wäre, was könnte ich in Ihrem Stand sehen? Beschreiben Sie es bitte. Sie sehen bei uns am Stand ein multifunktionales Einsatzleitfahrzeug, was für Feuerwehren konzipiert ist, die nicht ein reines Einsatzleitfahrzeug brauchen, sondern gleichzeitig auch ein Fahrzeug, mit dem Personen transportiert werden können. Es ist ein Fahrzeug mit einer umfangreichen Funk- und Kommunikationsausstattung und zusätzlich acht Fahrsitzplätzen, die also dann auch bequem als Mannschaftstransport benutzt werden können. Und wer sich dann informieren möchte über das Angebot der Firma Compoint Fahrzeugbau, wo findet er Sie? Man findet uns in Beiersdorf, das ist eine relativ kleine Stadt in Mittelfranken in der Nähe von Nürnberg. Und im Internet, kann man sich da informieren? Im Internet findet man uns unter www.compoint-ohg.de oder www.compoint-fahrzeugbau.de Vielen Dank für das Gespräch.